und willkommen zurück zu let's play call off to the world at war sommer let's forgetten wir ja als menschen gespielt die ist winterhaus ist weihnacht und diese weihnachts idylle da und jetzt wollen wir wtf spielen wahrscheinlich und erzählt menschen müssen hat über die konsole wieder eingeben gerade btf also das modems webmauk so gut aussieht ich bin gespannt was das ist was das fach war get to the shop ich kann mich erinnern das habe ich auch nicht geschafft bis zum rubschrauber zu gelangen so haben wir jetzt ein paar hier hier Es ist ein Problem. Ich habe keine Emotionen mehr, aber ich will das mal. Lass nach. wir können durch aber wir machen noch eine runde ab man weiß ja nie was man da noch kriegen aber dann aber dann so ansauern jetzt am tisch ab jetzt eine ganache blöden fänner schnall nach ich weiß immerhin aha aha Ah super, da haben noch Kameraden hier Ich hab den Aura gegriffen Oh, schon mal einen Kameraden getötet Na doch schnell, na Ach, scheiße, die anderen hat das ist auch 36 deutsches markt sag mal, du musst mir einen Schuss reinlaufen, Vidiots ein MP5 ein MP5, der Typ nicht wahr, ich bin ein Schwein G3 schau, es muss auch in der Person, dass die Mütten abkommen schau, es muss auch in der Person, dass die Mütten abkommen kann, dass die Mütten abkommen weiter wieder ein weniger verdammt g3 welchen g3 ein bisschen feier wo kommt jetzt ein chopper ich könnte mich auch gerne ausprobieren die 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 geht weiter hat schneller nach videos jetzt Ach komm, das war so gut. Ach komm, das war so gut. Ach komm, das war so gut. Das war irgendwie. Papier am Leben. G3. Schon verfickten G3. Ach, das bin ich hier. Super. Das wir alle sparen können. Das war so gut. 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 Aber finde ich geil gemacht. Das war so gut. 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 scheinbar aber nett für beschütz hier was ist denn da nur ich glaube ich muss gut nachschnau'n korak finden um ein bisschen ein taus durchsuchen und ich fang jetzt auf so da da will ich jetzt der penner darf verschwinden wo hat Schopper jetzt ok hier geht noch auf 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 wir gehen rauch wir gehen rauch ok komische map war natürlich mit den mit den leuten drin aber äh irgendwie dass da jetzt äh dieses geht zum chopper oder so wir müssen zum chopper zum hubschrauber aber also kein plan das habe ich auch mit verkehrt gemacht aber so ich würde sagen das war es dann wieder für heute dass es euch trotzdem gefallen hat würde ich mich mit einem Daumen hoch freuen und dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Let's Play Call of the World as well zum Modus bis dahin ciao